Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World 2. Heute an Silvester, yeah. Und dann auch nochmal auf der winterlichen Karte Carrington. Na, von Winter ist hier draußen bei uns jetzt nicht mehr so viel. Hat zwar ein bisschen geschneit, ist aber ganz schnell wieder alles weggeschmolzen. Irgendwie ein bisschen scheiße. Früher, als ich klein war, ja, da war das noch so ein bisschen anders. Da war draußen noch Schnee, konntest du auch mit den Schlitten hier Berge runtersausen und so. Äh, was gehen wir? Wir nehmen einfach mal die Handwärmer hier. Schon mittendrin in der Runde, das ist ja doof. Hallo, darf ich auch mal spawnen? Oder was ist hier los? Na siehste, warum denn nicht gleich? Das ist auch so ein bisschen so bei dem Spiel, so wie... Finde ich ein bisschen kacke. So. Ah, vom Fenster da oben. Was ein Affe, ja okay, machen wir altbewält, gehen wir wieder rechts rum. Und ich hoffe mal, ihr rutscht auch alle nachher gut rein, he, so beim großen Geböller und so. Schießt euch keine Hände weg und so ein Scheiß. Also ich sag ja an dieser Stelle auch auf jeden Fall schon mal, vielen Dank, dass ihr alle immer so fleißig meine Videos geguckt habt. Und ich gern dauert nur noch tot, aber ist ja okay. Bin halt kein Profi da drin. Na und, und guten Rutsch ins neue Jahr, würde ich, würde ich euch sagen. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, ne. Aufs Neue bei Call of Duty oder Rocket Leech oder was auch immer. Ne, wer weiß, was da noch alles kommt. Alter, warum macht er den denn nicht weg? Der guckt da in die Richtung und macht den nicht weg. Was, was zur Hölle ist hier los? Ja, du mich auch, du Affel. Ey, das ist diese, diese, diese Seite hier, ne. Die ist so zum Kotzen. Auf dieser Seite gespawnt, das ist echt scheiße. Ja, komm, machen wir es mal anders. Gehen wir halt oben vorm Fenster mal gucken. Hä, von wo denn? Alter, teilweise, ich blick eigentlich hier nicht durch, ne. Na gut, hab ja auch nicht so viel gespielt, diese Map. Wenn du nicht so kommen willst, dann schmeiß halt die Granate dahin. Kannst ja versuchen, an mich ranzukommen. So. Ah, wo, brauchen wir nicht. So, jetzt können wir nachladen. Komm schon, Haus drinnen. Die Handwärme regelt das schon. Ah, warum legt er sich denn da hinten hin? Das ist doch nicht so nett. Das ist gar nicht nett, dass er das tut. Na los, kommt mal um die Ecke. Ich hab ein paar Kugeln für euch. Da denn irgendwas? Der ist hinüber. Dann müssen da jetzt eigentlich alle von hier kommen. Schützt die Abwurfzone. Aufklärungsflieger bereit für die Mission. Aufklärung aktiv. Wir haben ein Auge an der Jagdmaschine greift an. Stürmt weiter vor. Oh. Wie hat der mich denn erwischt? Okay. Lassen wir es einfach mal so. Ist schon in Ordnung. Na, kommt von drüben was? Na los, luscht ja mal vor. Jetzt luscht ja doch mal vor, oder was? Aufklärungsflug abgeschlossen. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Ah, 5 zu 6. Ist jetzt nicht so, dass die Top-Leistung aber ist okay. Kommt davon, wenn man da so rumsteht. Einfach nur rüber... rüberluschert. Feindliche Bombe im Anflug, in Deckung. Da kommt jetzt auch nichts. Feindliches Spionage-Abwehrflugzeug entdeckt. Alle Aufklärungsflüge einstellen, bis der Himmel wieder frei ist. Doch, von hier drüben. Okay, ich glaube, meine Leute haben ganz doll... ganz doll da aufgeräumt. Würde ich einfach mal... behaupten. Der Mamu. Mamu 7 4 207. Okay, das war schlau. Ah, man guckt doch wenigstens einmal so da rein, ob da was läuft oder nicht. Man hat so einen kleinen Rundumblick, aber doch nicht so. Man läuft doch nicht einfach blind drauf los. Hey, wir müssen da los. Hm. Man hat doch eigentlich so einen kleinen Rundumblick. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und guten Rutsch ins neue Jahr. Und lasst eure Hände dran. Bis dahin. Ciao mit V. Ciao.